Du bist das Wunder der Sparkasse! Ein Schmetterling kann ein Tafun auslösen. Entwurzelt vielleicht ein paar Kilometer weiter Bäume. Genauso wie sich ein Windhauch zu einem Sturm entwickelt. Deine Tat wirkt. Unrealistisch, sagst du? Du kennst die Antwort. Weil aus einem Gründe viele werden. Und aus einer Spekulation ein ganzer Crash. Du bist von allem ein Teil. Und alles ist ein Teil von dir. Du bist Spackes. Dein Wille ist wie Wachs unter den Skiern. Er lässt dich im Flug schneller fahren. Und abends schneller trinken. Egal wo du bist. Du hältst die Talbewohner zusammen. Du bist Jonte. Du bist Talbewohner. Das Leben ist kein Ponyhof. Das will ja auch niemand behaupten. Mag sein, du stehst mit dem Rücken vor einem. Sparkassentresen. Aber ab und zu hast du doch auch schon mal über den Tellerrand geschaut. Wir sind 272.000 Sparkassenbänker. Mach dir die Hände schmutzig. Du bist Sparkasse. Wie wär's, wenn du mal auf dem Hof der Schwiegereltern mitarbeitest? Gib nicht nur bei der Sparkasse Gas. Schnapp dir die Mistgabel. Es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bauernhof-Autobahn. Frag dich nicht, was die Kühe für dich tun. Du bist die Kühe. Du bist Bauernhof. Meckere nicht über ihn. Sondern biete ihnen deine Hilfe an. Bring die beste Leistung, zu der du fähig bist. Schnapp dir die Mistgabel und reiß Bäume aus. Du bist die Gabel. Und du bist der Baum. Du bist Jonte. Jonte.